hallo zusammen ja ich glaube genau halb eins in der früh beziehungsweise nur 30 in der nacht je nachdem wie man das sagen möchte und mir ist noch noch ein wenig tabulosem grauen zumute weshalb ich jetzt noch ein paar runden dead by daylight spielen werde und zwar als opfer dieses level mag ich auch sehr diese bad ham oder bad lam school free school die wurde ja glaube ich auch mit michael meyer eingeführt oder nie mit freddie natürlich wo apropos und da ist er natürlich auch schon wieder ah ok ich glaube die kenne ich sogar nicht also noch nicht diese stelle weißt es ist ja schon mal gut zu wissen dass da auch die die hedge sein kann hallo bill ich gehe dir mal zur hand ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ob das hier so eine gute Idee ist? Puh! Geht es hier irgendwo auch nach oben vielleicht? Ne, nach oben geht schlecht ist ja ein Bunkerloh, die ich gerade sehe. Ah, hier ist der fleischharten Keller. Mal schauen, ob ich dann gerade hier noch ein Item abstorben kann. Keine Taschenlampe. Also ich glaube, da, das steht mir zu exponiert, gerade dieser Generator, da suche ich lieber einen anderen. Ah, da oben im Haus vielleicht, das klingt schon so. Ah ja, sehr gut. Also bisher klappt es ja eigentlich. Ich folge dir mal bilden. Also ich glaube, ein bisschen nicht. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ah ja, hier oben. Ich bin da oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da ist ja tatsächlich noch ein Generator. Bill macht das schon, dann werde ich mal eben den Generator hier in Betrieb nehmen. Ja, ganz genau, das hatte ich mir eben nämlich auch gedacht. Also dieser Freddy Krueger-Spieler ist jetzt recht angenehm, finde ich. Weiß nicht, ob ich da jetzt nur Glück hatte bisher im Match. Okay. 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 Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Okay. Wie war Sühaf Schnell auf mit dir, Bill. Keine Zeit, hier faul herumzuliegen. Ach, der läuft schon. Okay, das... Puh. Die möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt reparieren müssen. Absolut, Michael. Das freut mich dann eigentlich auch. Okay, gibt es hier nur einen Ausgang? Den habe ich jetzt da hinten gesehen. Oh, da hatte ich gerade einen kleinen Leg. Weg. Oh. Totem. Oh. 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 jetzt bin ich mal gespannt das tor ist noch nicht na hoffentlich fällt mir das jetzt nicht auf die füße doch das wird es wahrscheinlich ich muss doch nur hier raus so gut das gibt es ja nicht hast du das gesehen das ist ja einfach nur krass gewesen ich bin noch rausgekrochen unglaublich alter verwalter oh gott da muss ich mich erst mal beruhigen das ist ja unglaublich krass ja ja ja